Sehr gut. Keine Ahnung, was gut ist, aber es wird schon gut werden. Ich muss es ausnutzen, in einer anderen Welt wiedergeboren zu sein. Und vor allem... I need more power. Magie. Ich habe eine mächtige neue Kraft erlangt. Unser Ziel ist klar. Schnappen wir sie uns. Dieses Mal werde ich es schaffen. Dafür bin ich bereit, alles andere zu opfern. Wenn das der Preis für meinen Erfolg ist, werde ich es auch opfern. Ich will es unbedingt schaffen. Ich will kein Protagonist sein. Und auch nicht der Endgegner. Ich will aus dem Schatten heraus intervenieren. Und meine Macht zur Schau stellen. Ich werde zur Schatten-Eminenz. Ich werde zur Schatten-Eminenz. Ich werde nicht auf den Schatten-Eminenz. Untertitelung des ZDF, 2020